Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Jutta Arns. Ich wollte Ihnen jetzt mal kurz zeigen, wie es mit dem Projekt Konzept 3.0 weitergeht. Sobald Sie sich angemeldet haben, erhalten Sie von mir die Links, die Sie in diese Webseite führen. Ich zeige Ihnen jetzt mal kurz, wie Sie dann starten und was Sie dann vornehmen müssen. Also so sieht die Plattform dann aus, wenn Sie sich eingeloggt haben. Sie haben hier drei Tools, vielleicht auch nur eins, das weiß ich jetzt nicht. Bei mir waren es jetzt drei. Den Pixel Perfect Zeitbilder, damit kann man Webseiten bauen. Dann haben wir Canvas, den Verkaufsfunnel, da können Sie Trichter bauen. Dann haben wir das E-Mail Marketing noch. Sehr wichtig. Also die drei sind schon mal sehr wichtig. Hier unten finden Sie den Button Installiere weitere Apps. Da kommen wir gleich zu. Dann zeige ich Ihnen, wenn Sie das hier, und hier oben haben Sie Ihren Namen und die Kontoeinstellungen. Da klicken Sie einmal drauf. Dann steht hier Sprache. Da können Sie jede Sprache, die hier ausgewählt werden kann, wählen. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es bei Ihnen erstmal noch auf Englisch eingestellt. Dann stellen Sie das einfach auf Deutsch. Und speichern das. Sie können auch hier in die erweiterten Konfigurationen noch reingehen. Ja, macht er nicht? Doch. Es dauert immer einen Moment. Ja, es dauert immer ein bisschen. Muss man immer ein bisschen geduldig sein. Aber es funktioniert alles einwandfrei. Sehen Sie. So, dann tragen Sie hier, die Sprache ist Deutsch. Dann tragen Sie hier, ja, Gültigkeitsdatum. Ja, eigentlich kann man hier, ist der aktuelle Plan. Da können Sie nur Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Namen mal ändern. Und hier können Sie Ihre Rechnungen dann ansehen. Und wenn Sie Ihren Account löschen wollen, können Sie das natürlich auch hier machen. So, das waren die erweiterten Einstellungen. Dann gehen wir wieder zurück. Wichtig war halt, dass Sie da die Sprache einstellen können. Weil den meisten wird das ja doch in Deutsch eher gefallen als in Englisch. Ups, da bin ich. So. Na, warum geht der jetzt nicht zurück? Na gut, dann muss ich eben wieder in die Tools verwalten gehen. Dann geht man hier in die Tools verwalten, oben in den Button. Und richtet sich das System so ein, wie man es braucht. So. In den Tools verwalten sehen Sie jetzt diesen, den Pixel-Perfect-Zeitbilder. Da ist der Haken. Den haben wir bereits installiert. Canvas und E-Mail-Marketing auch. So. Wenn Sie jetzt weitere in den App-Baukasten, wenn Sie Smartphone-Apps bauen wollen, dann gehen Sie einfach da drauf, klicken da drauf und gehen hier rechts auf Hinzufügen. Und schon hat der App-Baukasten den Haken und ist hinzugefügt. So können Sie das mit allen Tools, die Ihnen zur Verfügung stehen, machen. Halt immer praktisch das, was Sie gerade benutzen möchten. Sie können natürlich auch alles installieren. Dann, Sie können hier oben auf den Button gehen, füge alle hinzu. Dann werden automatisch alle abgehakt und Sie können mit allen Tools arbeiten. Und brauchen nicht jedes Mal gucken, habe ich das eingerichtet oder nicht. Das muss jeder selber wissen, wie er es gerne hätte. Vielleicht ist ihm das zu unübersichtlich. Dann entfernen Sie einfach die, die Sie nicht brauchen und arbeiten nur mit denen, die Sie brauchen. Gut. Dann haben wir die Tools. Dann gehen wir zu den Trainings. Wenn Sie die Seite auf Deutsch eingestellt haben, jetzt weiß ich nicht, ob ich auf der richtigen Seite lande, nee, da wollte ich nicht hin. Dann gehen wir nochmal zurück. So, wenn Sie jetzt hier auf, nee, ich wollte auf die Home-Seite, auf die Startseite, wo Sie landen, wenn Sie sich einloggen. Da wollte ich Ihnen noch kurz was zu sagen, weil das ist ganz wichtig. Das ist erst seit Neuestem so. So, da sehen Sie jetzt hier 5 Tage Bilderroll-Spezialtraining und hier noch so ein Bilderroll-Button. Das ist jetzt der Button zu unserer deutschen Community. Da können Sie draufklicken, da werden immer die Neuheiten, die unsere deutsche Community für uns bereithält, wenn Sie die drin finden. Hier waren jetzt zum Beispiel Tag 1 Chatbot, Sidebot erklärt, dann die Magazin-App und Browser-Benachrichtigungen, dann Canvas, super Checkout und der App-Bilder. Da können Sie sich das alles in Ruhe nochmal anschauen, wenn Sie möchten. So, das war es eigentlich. Und Zugang zu unserer Dach-Community finden Sie hier auf der linken Seite, da klicken Sie einfach drauf. Dann gehen Sie hier auf die deutschen Tutorials, zur Partner-Community. Gehen wir mal zur Partner-Community. Das ist ein mächtiges Werkzeug, deswegen muss der immer wieder laden. Genau, hier haben Sie dann unsere deutsche Community. Da können Sie der Gruppe Bilderalldeutsch beitreten auf Facebook und dem Bilderall Support, wenn Sie Fragen haben und schnell beantwortet haben wollen. Dann treten Sie dieser Gruppe bei. Sie können auch hier auf YouTube folgen. Da sind auch jede Menge Erklärungsvideos und Tutorials. Also das wird auch weiter ausgebaut. Da kommt immer mehr dazu. Da wollte ich Ihnen nur zeigen, wie Sie hier unseren Facebook-Gruppen den offiziellen Bilderall-Facebook-Gruppen beitreten können. Ja, das war es eigentlich. Die deutschen Tutorials können wir noch mal anschauen. Veranstaltungen kommen dann demnächst auch rein. Dann sehen Sie immer, wann irgendwelche Veranstaltungen sind und können daran teilnehmen. So, hier haben wir die deutschsprachige Community. Hier finden Sie Pixelbilder, also Perfect-Zeitbilder, wichtige Grundeinstellungen. Können Sie sich das anschauen. Zum Mailing-Boss, Canvas-Webinar, Super-Checkout, zu dem Video-Rapper, Magazin-App, Videotext und zu Magento. Da sind schon einige drin. Design-Studio und sonstige. Ja, das ist, also da können Sie sich so Schritt für Schritt durcharbeiten. Bei Fragen können Sie einfach hier auf den Support, wenn Sie hier nichts finden, ne? Und Ihnen die Facebook-Community auch nicht weiterhelfen kann. Dann klicken Sie hier links auf Support. Oder wenn es technische Sachen sind, dann ist es auch immer einfacher, den Support anzuschreiben. Willkommen. So, dann können Sie hier, da sind einige Fragen hinterlegt. Wenn Sie dazu Fragen haben, dann klicken Sie das einfach an. Und wenn es andere Themen sind, gehen Sie hier oben rechts auf den Button. Und dann können Sie hier den Support direkt anschreiben. Schreiben Sie hier Ihren Betreff und dann das Problem, was Sie haben. Und dann einfach absenden. Sie haben hier oben Bilderroll-Business-Fragen. Ich promote, ich habe Provisions, ich vermisse Leads. Domains und Hosting, wenn es da, den Nameserver, wie man den einrichtet, ganz am Anfang. Das E-Mail-Hosting, wie Sie das machen, zu Bilderrollen und Tools. Mailingbuss, App-Baukasten. Da sind schon so einige Fragen drin aufgelistet. Aber so haben Sie immer Zugang zum Support. Und der antwortet in der Regel innerhalb eines Tages. Und wenn Sie gar nicht weiterkommen, können Sie auch gerne mich anschreiben. Also ich kann Ihnen da, soweit ich das weiß, helfe ich Ihnen natürlich auch gerne. Dann gehen wir hier nochmal in die Trainings rein. Links an der Seite den Button. Und schauen uns das an. So, dann sehen Sie, erstellen Sie eine Online-Präsenz. Hier unten wieder den Button G in dein Backoffice. Baue eine Website. Bauen Sie einen einfachen Trichter. Ich würde Ihnen empfehlen, mit unserem Canvas-Funnel anzufangen. Also hier bauen Sie einen einfachen Trichter. Damit anzufangen. Den Trick. Pixel Perfect. Amazon Coupon Funnel über sich. Gutscheine. Konfigurieren. Eine Anmeldeseite. So, dann gelangen Sie direkt zu dem Video. Also das ist Englisch. Ja, dann werden wir das so machen, dass ich Ihnen Schritt-für-Schritt-Videos erstellen werde, wie Sie am besten anfangen. Dann gehen wir jetzt zurück in das Backoffice. Ich habe mich mittlerweile in Bilderall ganz gut eingearbeitet und kann Ihnen da für den Anschluss eine gute Hülsestellung schon mal geben, wie Sie am besten schauen. Sie finden aber auch hier bei Canvas. Hier sind auch Tutorials. Da können Sie auch immer schauen. Dann gucken wir mal, was da drin ist. Ausbildung. Mal gucken. Canvas Funnel Builder. Ja, das verändert sich laufend. Deswegen muss ich auch immer schauen, wo was jetzt gerade ist. Schauen wir mal, ob das uns weiterhilft. Ja, das ist auch in Englisch. Dann werde ich das so machen, dass ich nach und nach, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie mich einfach. Dann helfe ich Ihnen so. Aber ich werde dann nach und nach in meinem YouTube-Kanal die Videos, also Videos erstellen, wie Sie Schritt-für-Schritt sich, ja, ein Funnel aufbauen, der Ihnen zu mehr oder mehr Kinder zu einer größeren Liste verhilft, damit Sie Abonnenten bekommen und Ihr Geschäft ausbauen können, damit Sie Newsletter schreiben können. Ich werde ganz spezifisch auf unser Konzept 3.0 Videos und Tutorials erstellen, damit Sie im Handel Ihr Geschäft weiter ausbauen können. Ja gut, das war's. Tickets haben wir. Da sehen Sie dann, wenn Sie da drauf klicken, sehen Sie dann Ihre Tickets. Aber da bekommen Sie auch immer hier oben eine Nachricht, eine Benachrichtigung. Wenn Ihr Ticket bearbeitet und beantwortet wurde, dann ist die Glocke hier schwarz. Oder so ein kleiner Punkt wird dann schwarz. Okay, ich hoffe, das hat Ihnen erstmal für den Anfang geholfen und ich melde mich dann in Kürze wieder und zeige Ihnen die nächsten Schritte. Okay, gut. Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und richten Sie sich das erstmal so ein, wie Sie das gerne hätten. Okay, alles Weitere dann im nächsten Schritt. Danke. Tschüss, Ihre Jutta Ahrens. Danke.